Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfilled Plays und eine kleine Runde in der Open Beta von Destiny 2. Ich habe es jetzt mehr oder minder frisch installiert, habe mir hier mal kurz die Settings angeguckt, allerdings muss ich sagen, ich habe es jetzt mit der Originaltastbelegung angefangen und ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal einen Hunter und dann schauen wir mal, was abgeht. Viel Spaß! Ichorra, wenn du mir das ist, das ist eine Spratical-Joke... Es tut mir zu sagen, aber ich würde wirklich empfehlen. Impressen Sie, Cade, ist die einfachste Sache. Let's get serious, Leute. Zavala, das ist mein Serious-Face. Kannst du dir? Ichorra, was hast du? Someone or something has sabotaged Skyline Defense Systems. Ancoms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall was gone dark. Hmm. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Es tut mir fast, Carlos! Battlestations! ... 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 Hang on! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Visieren kann man mit einem Rechtsklick Was ist die Hälfte, was da ist? Ah! Das ist so, es geht nicht weiter Oh nein, da wird es definitiv nicht weiter für mich Evacuation order 707 ist in effect, das ist nicht ein Droll All civilians report to designated evacuation area immediately Das ist ein Droll Was auch immer wieder draußen fallen? Was auch immer wieder draußen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Look at the traveler! Nette Aussicht, ein bisschen Muni, läuft soweit. Ich würde sagen, für den ersten kurzen Eindruck war es das auch schon wieder. Und mal schauen, was wir aus Folge 2 machen. Bis dahin, macht's gut, bye bye! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.